Der erste Vers ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala und bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn. Welche Eigenschaft haben wir hier? Die Eigenschaft des Gesichtes. Ja, so hat Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht. Und darüber sind sich die Salaf einig. Die Salaf sind sich einig, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Und dass dieses Gesicht ein tatsächliches Gesicht ist. Ähnelt das Gesicht dem Gesicht der Schöpfung? Natürlich nicht. Wir haben gesagt, nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Jedoch vergleichen wir es nicht mit der Schöpfung und wir verleugnen es auch nicht und wir interpretieren es auch nicht um in andere Bedeutungen, die nicht mehr die Bedeutung des Gesichtes sind.